Musik von Johann Sebastian Bach ist für mich ein Prozess, der mich das ganze Leben begleitet hat schon und auch weiter begleiten wird. Es ist für mich die Mutter aller Musik und alles baut darauf auf und seit ich denken kann, ist Bach ein wichtiger Bestandteil meines Lebens und wird es weiterhin bleiben und ich werde mich weiter mit dieser Musik entwickeln.